Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, bist Gebenedeit unter den Frauen, und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Wahrheit sähe, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast, der von Johannes getauft worden ist, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat, der uns das Reich Gottes verkündet hat, der auf dem Berg verklärt worden ist, der uns die Eucharistie geschenkt hat, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die Gerechtigkeit einpflanze, der für uns Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, der für uns das schwere Kreuz getragen hat, der für uns gekreuzigt worden ist, der von den Toten auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die Verkündigung ausstreue, der als König herrscht, der in seiner Kirche lebt und wirkt, der wiederkommen wird in Herrlichkeit, der richten wird die Lebenden und die Toten, der alles vollenden wird, der bei Sündern eingekehrt ist, der sein Gesetz in unser Herz gelegt hat, der von Krankheiten heilt, der vom Himmel gnädig auf uns schaut, der uns Schutz und unsere Zuflucht in der Trübsal ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die Seligpreisungen belebe, der in uns den Glauben vermehre, der in uns die Hoffnung stärke, der in uns die Liebe entzünde, der in uns den Frieden fördere, der in uns die Freiheit bewirke, der die Armen selig preist, der die Trauernden selig preist, der die Sanftmütigen selig preist, der die Gerechtigkeit Ersehnenden selig preist, der die Barmherzigen selig preist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die evangelischen Räte verankere, der die mit reinem Herzen selig preist, der die Friedensstifter selig preist, der die um der Gerechtigkeit Willen Verfolgten selig preist, der die um seinet Willen Verfolgten selig preist, der die an ihn Glaubenden selig preist, der uns seine Freunde nennt, der uns dich, Maria, in Johannes zur Mutter gab, der Kranke heilt und von den Toten auferweckt, der auf ewig unser Lohn im Himmel ist, der uns stets den freien Willen lässt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die biblischen Wahrheiten grundlege, der uns in rechter Weise beten lehrt, der uns Gott in ihm zum Vater gab, der Gottes Reich errichtet hat, der uns das tägliche Brot gibt, der uns in Versuchung und vor Bösem beschützt, der das fleischgewordene Wort des Vaters ist, der auch in der Hölle für Gott Zeugnis gab, der zu Rechten des Vaters sitzt, der die Kirche auf Petrus gegründet hat, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist eine Einheit ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die Eintracht der Brüder erwecke, der den Aposteln die Füße gewaschen hat, der Dämonen ausgetrieben hat, der Herr über den Sabbat ist, der Brot und Fische vermehrt hat, der Menschen in seinen Dienst beruft, der seine Kirche nie verlässt, der der wahre hohe Priester ist, der das wahre Opferlamm ist, der die Siegel des Buches bricht, der der wahre Eckstein ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, er ist Jesus, der in uns die Treue zum Vater bewirke, der durch sein Blut von Sünden reinigt, der durch das Wasser seiner Seite rechtfertigt, der den Leib zum Tempel Gottes macht, der gerecht, barmherzig und die Liebe ist, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der uns seine Engel zur Hilfe sendet, der der Bräutigam seiner Kirche ist, der die Versprengten seiner Herde sammelt, der der Lehrer und der Meister ist, der das Ziel unserer Suche ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist Jesus, der in uns die Liebe zum Vater vollende, der Sünder zur Umkehr bewegt, der das Sein, das Wollen und das Vollbringen ist, der die Armut mit seinem Reichtum belohnt, der unsere zerbrochenen Herzen nicht verschmäht, der das Böse und den Tod vernichten wird, der vor aller Anfang ist, der alles auf sich hin geschaffen hat, der das Wort des Schöpfers ist, der alles nach seinem Plan wiederherstellen wird, der der Anfang und das Ende ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.